Insgeheim glaube ich, dass wenn ich Videos veröffentliche auf YouTube, dann muss ich sterben. Was kann ich tun? Ich möchte doch nur als Coach online unterwegs sein. Das hat mir neulich ein Coach gesagt in einem Kammercoaching, was ich hier gegeben habe. Und ich finde es so faszinierend, wie tief manche Ängste in uns gehen, dass wir denken, wenn ich ein Video veröffentliche, dann bin ich tot. Dann werde ich getötet. Ich weiß nicht genau, wie es passieren wird, aber sobald ich diesen Button drücke, vielleicht fährt ein Blitz auf mich ja nieder. Ich sterbe. Und das wäre der erste Punkt für dieses Video. Ist das nicht faszinierend, was wir Menschen mit uns machen? Was wir für Gedanken haben? Was diese Gedanken wieder für Gefühle kreieren? Und wie uns das einschränkt, unserem Herzen zu folgen und das zu tun, was wir von Herzen gern machen möchten. Weil in diesem Beispiel ist es so, die Coachin, heißt es Coachin, der Coach, den ich unterstützt habe, sie ist schon seit 15 Jahren unterwegs, sehr erfolgreich und das die ganze Zeit bisher über Empfehlungen. Und es war immer dieses Ding von, ich möchte meinem Herzen folgen, ich weiß, dass ich online Videos veröffentlichen möchte, ich weiß, dass ich noch viel mehr Menschen dadurch erreichen kann, aber ich kann es nicht. Warum? Und so saßen wir dann da und irgendwann hat sie diesen Satz gesagt, ich glaube, ich habe einfach Angst zu sterben. Und jetzt kommt der Punkt. Es gab nämlich eine ganz einfache Lösung. Ganz, ganz einfach. Ich habe ihr die Frage gestellt, wie würdest du dich fühlen, wenn du bereits gestorben wärst? Wie würdest du dich fühlen, wenn du bereits tot wärst? Und sie hat mich sehr komisch angeguckt, so ein bisschen so, als ob ich völlig verrückt bin. Und drei Sekunden später, ich habe dann gesehen, es rattert in ihrem Kopf, fing sie plötzlich an zu lachen und konnte nicht mehr aufhören. Und dann hat sie gesagt, das ist so eine Erleichterung. Also logisch macht das überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich tot wäre, würde ich ja nichts mehr fühlen. Aber ich weiß nicht warum. Irgendwie fühle ich mich gerade einfach nur erleichtert und frei und voller Liebe und endlich kann ich mich entspannen. Was ist das? Was ist das für eine komische Frage? Und warum hat sie diesen Effekt? Und da möchte ich gerne mit dir hinschauen. Und zwar ist der Punkt, dass die Angst oder dieser Anteil in uns, der sagt, wenn ich was veröffentliche oder was auch immer die Angst für dich ist, wenn ich diese eine Sache tue, dann muss ich sterben. Dieses Ich, was sagt, ich muss sterben, ist ein Selbstbild. Und da gehen wir ein bisschen tiefer ein, weil das ist, sag ich mal, nicht kompliziert, aber doch relativ neu für die meisten Menschen, das zu verstehen. Stell dir vor, du kommst als Kind auf diesen Planeten mit einer leeren Festplatte. Dein Verstand ist komplett frisch formatiert, da ist ein leeres Betriebssystem drauf und noch keine Programme installiert, die dein Leben schwer machen. Im Laufe der Zeit lernst du immer mehr durch Erfahrungen, durch das, was dir vorgelebt wird, wie die Welt funktioniert. So Sachen wie das Leben ist kein Ponyhof und wer der Arzt oder Architekt oder Pilot, dann hast du einen sicheren Job oder Beamter ist das Beste, deine Rente ist sicher und so weiter. Diese ganzen Programme, Programmierungen, mit denen wir dann durch die Welt laufen. Einerseits ist das sehr hilfreich, weil hätten wir kein Betriebssystem, dann wären wir einfach wie so ein Computer, der einfach nur mit weißen oder schwarzen Bildschirmen dasteht. Das heißt, es ist wichtig, einen Verstand zu haben. Es ist ein wundervolles Werkzeug, wie ich finde, und gleichzeitig kann es aber auch Fehlermeldungen geben und Bugs und einfach Software, die nicht so gut programmiert ist, die mehr Schaden anrichtet, als sie Nutzen bringt, und Viren und all das Zeugs. Was wir machen können, ist durch Persönlichkeitsentwicklung oder durch innere Arbeit, wie ich es gerne nenne, all diese Programme identifizieren und umschreiben oder einfach updaten, könnte man sagen, die uns das Leben schwer machen. Das heißt, wir lassen einen Virenscan laufen oder ein, wie heißt das, Defragmentierungsprogramm, hier ist es, glaube ich, bei Windows, und löschen einfach all die Software, die wir nicht brauchen, sondern die gegen uns arbeitet. Das ist in einer anderen Metapher gesprochen so ein bisschen so, als ob du in eine Richtung gehen möchtest, zum Beispiel hier, ich möchte so eine Tätigkeit ausführen, ich möchte meinem Herzen folgen, ich möchte in einer neuen Beziehung leben, mich darauf einlassen, ich möchte mehr Geld verdienen, ich habe bestimmte Ziele, ich möchte reisen, was auch immer es für dich ist, aber gleichzeitig hängt so ein Bungee-Seil in deinem Rücken und je mehr du auf dein Ziel zugehst, desto anstrengender wird es, irgendwie noch weiter dahin zu kommen. Und wenn du einmal nicht aufpasst, zack, dann zieht dich dieses Seil zurück und du landest hinten an der Wand und denkst, toll, warum kann ich das nicht tun, was ich tun will? Okay, zurück zum Ich, was denkt, es muss sterben. Was hat das jetzt damit zu tun? Wenn du auf diesen Planeten kommst, dann könnte man sagen, du bist dein authentisches Selbst, was auch immer das ist. Du bist einfach du, aber ohne Vorstellung davon, wie du bist. Wenn man in die Augen eines Neugeborenen schaut oder eines kleinen Kindes, dann sieht man dieses Strahlen, dieses Wow, ich lebe. Und was bedeutet das? Wow, wow, wow. Ist das schön hier? Wow, die Welt ist voller Überraschungen. Und im Laufe des Lebens wird es immer weniger und weniger und weniger. Was passiert ist, dass wir immer mehr künstliche Selbstbilder aufbauen. So künstliche Masken. Masken haben wir, glaube ich, genug von, also so Rollen wie ich bin jemand, der wertlos ist oder ich bin jemand, der schlecht singen kann und so weiter. Unser authentisches Selbst sagt, das stimmt alles gar nicht, das bin ich nicht. Ich weiß, dass ich wertvoll bin. Ich weiß, dass ich voller Liebe bin. Ich weiß, dass ich unglaublich viel zu geben habe. Aber dann machen wir die Erfahrung, dass wir zum Beispiel gesagt bekommen, du bist zu viel oder stell dich nicht so an oder sei nicht so sensibel oder kannst du nicht einmal einfach tun, was von dir erwartet wird und so weiter. Und um uns zu schützen, sagen wir, weil das ist zu schmerzhaft, um das an uns ranzulassen, ich baue mal so ein Schein-Ich auf, was ich nach außen zeige und alles, was Menschen sehen, ist diese Maske. Ich lasse sie nicht in meinem Herz sehen, weil das tut einfach zu doll weh, wenn ich das immer wieder gesagt bekomme, dass ich wertlos bin. Alles, was ich Menschen zeige, ist dieses Schein-Ich, dieses wertlose Ich. Aha, ihr denkt, ich bin wertlos? Gut, dann baue ich hier so eine Maske auf, die sagt, wertlos und ihr seht nur diese Maske. Und jetzt wird es spannend, wenn wir dann anfangen, unserem Herzen zu folgen, also unser authentisches Ich auszudrücken, dann fängt das hier an zu wackeln. Weil wenn ich etwas Wertvolles zu sagen habe, was ich im Herzen spüre, wo ich einfach weiß, das ist was, das könnte unglaublich vielen Menschen helfen. Ich möchte jetzt dieses Video publizieren. Ich möchte dieses Video aufnehmen. Dann sagt dieses wertlose Ich, ah, lass uns das nicht tun, weil das letzte Mal, als wir das gemacht haben, in der Kindheit zum Beispiel, da wurden wir angegriffen und attackiert. Das heißt, ich bin doch hier die Schutzinstanz. Bitte, stell mich nicht in Frage. Ich muss sonst sterben. Die Kulisse sagt so gesehen, Hilfe, dann verschwinde ich. Wenn du das machst, dann falle ich in mich zusammen und du wirst erkennen, dass ich gar nicht wirklich existiere, sondern dass ich einfach nur ein Schutzprogramm war für dich. Der Punkt, da rauszukommen, ist zu erkennen, dass wir diesen Schutz nicht mehr brauchen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man jetzt sagt, naja, dieses Ego, wie es manchmal in spirituellen Bereichen genannt wird, das böse Ego, das muss weg. Aber hey, das arme Ego, das arme Schutzprogramm, das will doch nur das Beste für dich. Das heißt, was wir machen können, ist zu verstehen, was braucht dieses Ich, also wovor hat es Angst und was braucht es, um sich entspannen zu können, so dass wir uns selbst ausdrücken können, wie wir uns authentisch fühlen und dem folgen, was wir wirklich machen möchten. Und da kam diese Frage dann, wie würdest du dich fühlen, wenn du bereits gestorben wärst? Das heißt, dieses Ich hat gesagt, ich schau mal, wie sich das anfühlt, ich tue mal so, als ob ich nicht existiere, weil dann wäre ich ja tot. Und das bedeutet, das authentische Selbst ist wieder da. Das heißt, was der Coach in meinem Coaching erlebt hat, ist, oh wow, ich fühle mich mit meinem wahren Ich verbunden. Ich kann endlich durchatmen. Ich habe das Gefühl, oh, da ist Freiheit, da ist Liebe, da ist Begeisterung, da ist Erleichterung. Endlich kann ich wieder Ich sein. Und ist das nicht faszinierend? Das heißt, der Tod, der vermeintliche Tod dieses Schutzprogramms bedeutet, du kannst endlich wieder frei sein. Und in dem Fall war es so leicht, dass wir durch diese Frage zu dem wahren Ich gekommen sind. Manchmal ist es auch wichtig zu schauen, was braucht dieses Schein-Ich, nenne ich es mal, dieses Schutzprogramm. Und oft ist ein Sicherheitsbedürfnis dahinter. Das heißt, dieses Programm sagt, ich fühle mich nicht sicher. Solange ich mich wertlos fühle, oder besser gesagt, solange ich tue, als ob ich wertlos sei, ist es sicher. Weil dann kriege ich hier alles ab und nicht du. Das heißt, was wir tun können, ist zu überprüfen, gibt es denn überhaupt noch einen Angreifer? Erster Punkt. Und da werden wir auch feststellen, nee, zum Beispiel gerade sitze ich alleine im Wald. Hm, es kann mich niemand angreifen, außer ich selbst. Das heißt, das Schutzprogramm greift sich selbst an und sagt, Hilfe, 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 wir werden angegriffen, wir werden angegriffen. Und es überprüft gar nicht, stimmt das überhaupt? Gibt es da überhaupt einen Angreifer? Das ist der erste Punkt. Und ich erzähle es jetzt einfach nur grob, wie man vorgehen kann. Es wäre, glaube ich, viel zu lang für ein Video und es ist auch individuell unterschiedlich. Das heißt, das wäre eher was dann für einen Workshop, für eine tiefgehende geführte Meditation oder auch ein Einzelcoaching. Das heißt, wenn ich dich da unterstützen kann, schreib mir einfach. Genau, dann können wir da individuell schauen, weil das sind erstmal so die Grundprinzipien, die bei jedem Menschen ähnlich sind. Aber es kann auch sein, dass du jetzt im Laufe des Videos merkst, hm, anfangs, das hat noch gestimmt oder fand ich spannend, aber jetzt, nee, das fühlt sich bei mir anders an. Und da ist es ganz wichtig, darauf zu hören, auf dieses Gefühl, weil es ist bei dir wahrscheinlich anders. Es gibt keine, die sieben Schritte zur Erleuchtung oder die acht Schritte zur Selbstheilung, die für jeden Menschen gleich funktionieren. Es gibt bestimmte Prinzipien, die überall ähnlich sind, also so ein bisschen so, das Alphabet hat 26 Buchstaben und wir können verschiedene Schriftarten nehmen und egal, welche Schriftart, das sieht ein bisschen ähnlich aus, aber es ist auch unterschiedlich. Okay, aber um da nicht zu tief reinzugehen. Erster Punkt, überprüfen, werde ich überhaupt angegriffen? Wenn nicht, zweiter Punkt, könnte ich ja das Gefühl von Sicherheit zulassen, oder? Und da kann man dann hinschauen und sagen, okay, wie würde es sich anfühlen, wenn ich mich sicher fühle? Und wenn ich mich sicher fühle, bräuchte ich dann noch dieses Schutzprogramm? Wahrscheinlich nicht. Dann kann sich das entspannen und das kann dann auch wiederum dazu führen, dass du dich authentischer fühlst und merkst, oh, ich werde nicht mehr angegriffen von meinem Schutzprogramm, was mich eigentlich schützen wollte. Genau, das jetzt einfach mal ein bisschen auseinandergenommen, was in so einem Coaching passieren kann oder auch was in unserer Psyche passiert. Okay, das ist, glaube ich, genug zum Verdauen für heute. Schau dir das Video vielleicht auch ein zweites Mal an, weil dann wirst du es aus einer komplett anderen Perspektive, aus einem ganz anderen Verständnis hören. Und wahrscheinlich noch viel mehr neue Sachen lernen als vorher. Und um es zurückzuführen zur Anfangsfrage und schreib mir da gerne einen Kommentar, ist es nicht faszinierend, wie so ein Satz Hilfe, wenn ich Videos veröffentliche, muss ich sterben, wie das einerseits unser Leben beeinflussen kann und negative Auswirkungen haben kann und auch wie leicht es sein kann, zum authentischen Ich zurückzukommen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, auch wenn du andere Fragen hast, andere Themenwünsche, sag mir gerne Bescheid, schreib mir einen Kommentar, gib mir gerne ein Like, wenn dir das Video geholfen hat, wenn es dir irgendwas gebracht hat. Und wie gesagt, ich habe jetzt neu eine Buy-Me-A-Coffee-Seite eingerichtet. Das heißt, wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, kannst du das von Herzen gerne tun. Ich freue mich über jede Unterstützung. Das ist es für heute. Schön, dass es dich gibt und herzliche Grüße aus dem Wald.